Diesen Bericht präsentiert euch Olymp-Heizungen, Wärmepumpen, Biomasse, Heizkörper, Solar, Bioöl. Olymp, die Wärme aus Tirol. Wir haben den Weg hergefunden von der Schweiz, von Zürich nach Berchtesgaden mit einem wunderschönen Fiat Abband. Ja, richtig. Schon das sechste Mal mit dem Abband, zweimal mit dem Buch. Macht riesen Spass da in den Bergen rumzutoben. Was macht mehr Spass, mit dem Buch oder mit dem Fiat? Ja, jetzt kommt das wieder. Ich habe zwei Kinder, welche ist er lieber? Beide. Beide sind ihm lieber wunderschön restauriert, wie man sieht, aus kein Makler an diesem Fahrzeug. Ja Hans, wir wünschen dir ein schönes Wochenende und du wirst das Fahrzeug richtig bewegen, wie es sich gehört hier am Berg am Rottfeld. So wird es sein. Danke dir. Ciao Dietmar. Ja, danke vielmals. Wie gesagt, unser lieber Freund Hans Egli aus der Schweiz, aus Zürich mit seinem Fiat Abband. Ein wunderschön restauriertes Fahrzeug und es gibt den Bericht auf www.tv22.tv von diesem Fahrzeug. Hans Egli aus Zürich. ... ... Diesen Bericht präsentierte euch Olymp-Heizungen. Wärmepumpen, Biomasse, Heizkörper, Solar, Bioöl. Olymp, die Wärme aus Tirol. Schaut rein auf TV22, abonniert euch gratis und bekommt laufend das Neueste auf unseren etwas anderen Sportsender. Ich wünsche allen eine gute Zeit. Diebmar Brücke von TV22